Ja, erstmal, wer bist denn du eigentlich? Ja, mein Name ist Michael Fiernkes, ich bin Blogger, ich schimpfe mich selber, hauptberuflicher Blogger, betreibe ein Portal dazu, das sind die blogprofis.de, das heißt, ich verdiene mein Geld mit den Bloggen. Ich habe ein paar Portale und damit verdiente ich meinen Lebensunterhalt, mittlerweile mache ich auch noch ein paar mehr Sachen, aber das war so mein Hintergrund, genau. Bei den Blogprofis hast du auch oben, was Content ist, King, oder was hast du da, Content als Slogan? Content first habe ich jetzt mal angeschrieben, genau, hat mir auch gut gefallen. Als Gegenentwurf zu Mobile first, Content first, klar, das ist schon ein zweischeiniges Schwert, weil Content Marketing, jeder redet im Moment darüber und so ein bisschen ärgert mich als Blogger auch daran, dass es jetzt so als alter Wein in neuen Schläuchen, wie sagt man, irgendwie so, dass das jetzt als die Innovation durch alle Dörfer durchgetrieben wird. Und Blogger machen seit, also ich bin ja noch gar nicht so ewig als Blogger dabei, aber die wirklich echten Blogger, die machen das seit fast jetzt bald zehn Jahren. Die machen Content Marketing und jetzt durch dieses Schlagwort wird es halt ein bisschen modern wieder. Andererseits muss man dankbar sein, weil so ist dieses Thema auch wirklich ans Tageslicht wiedergekommen. Und so kriegt man auch viele verantwortliche Unternehmen dazu, mal über ihre Inhalte nachzudenken, weil auch das ist bei vielen Corporate Blogs sind einfach suboptimal, das muss man sagen. Und das hat jetzt nichts mit dem Design zu tun oder wie die gestaltet sind oder technisch optimiert sind, sondern die Inhalte, die da drauf sind, sind oftmals so, dass es halt wirklich keinen Menschen interessiert. Und dann habe ich auch schon gehört, wo ich dann auch mal ein bisschen wütend werde, wenn es dann heißt, ja Corporate Blogs, die bringen eh nichts. Vielen Dank.